Alnatura. Dein Experte für gesunden, natürlichen Schlaf. Seit 40 Jahren. Und da dein Schlaf, Alnatura, wirklich am Herzen liegt, schenken sie dir nicht nur Bett am Strand, sondern ab sofort auch 10% auf deinen gesamten Einkauf. Tu dir was Gutes mit dem Code STRAND. Alnatura. Natürlich mit 2L. Schlaf gut. Träum was Schönes. Das waren die Worte meines Vaters. Auch er hatte seine Mühe mit dem Einschlafen. Doch wenn er schlief, dann träumte er vom Reisen. Ich erzähle hier von diesen Reisen. So wie es war und so wie es hätte sein können. Die Morgensonne scheint noch angenehm sanft auf den malerischen Olivenhain. Mit geschlossenen Augen genieße ich die letzten Bissen Rührei. Der köstliche Geschmack ist ein Geschenk meiner Umgebung. Die Hühner wackeln frei und sichtbar zufrieden unter den Olivenbäumen herum, die ihnen ab dem Mittag den nötigen Schatten spenden. Und uns Sommergästen die köstlichen Früchte, aus denen das aromatische Olivenöl gewonnen wird. Es verwandelt jede noch so simple Speise in ein Festmahl. Mit dem täglich frischgebackenen Weißbrot sauge ich die letzten Reste des gelbgrünen Goldes von meinem Teller auf. Ich atme die frische Morgenluft tief ein. Ich genieße die Geräuschkulisse, das zarte Rauschen der Brise in den Olivenbäumen, das Zirpen der Zikaden, das Gackern der Hühner und muss vor lauter Zufriedenheit in mich hineinschmunzeln. Diesen Ort habe ich durch den Klang seines Namens entdeckt. Als ich die Inseln Kroatiens auf einer Karte studierte, fiel er mir sofort wie eine magische Verlockung ins Ohr. Korčula Von diesem Gedanken erfüllt befestige ich gut gesättigt meine Fahrradtasche am Gepäckträger und schiebe mein Fahrrad auf dem schmalen, verschlungenen Pfad durch den Olivenhain. Ab und an muss ich mich bücken, um mir nicht den Kopf zu stoßen. Ich entdecke, dass die Blätter nur auf der Unterseite silbrig sind. Oberseits sind sie in einem dunkleren Grün gefärbt. Bei den besonders alten und knorrigen Bäumen fahre ich sanft mit den Fingern über die graue, tiefrissige Borke, über die Stammwunden. Die Lancet-förmigen Blätter veranstalten ein Schattenspiel auf meiner Haut, als würden die Bäume auf meine Berührungen reagieren wollen. Der Pfad endet an der wenig befahrenen Straße, die sich wie eine schwimmfreudige Schlange zum Meer hinunterwindet. Ich genieße die Aussicht, die sich mir schon nach der ersten Kurve bietet. Das tiefblaue Meer schmiegt sich in die malerische Bucht von Zawalatika, als sei es frisch verliebt. Ich lasse das Rad rollen, den unverwechselbaren Geruch des Meeres in der Nase, den Fahrtwind im Gesicht. Vorbei an der ersten Badebucht, den blauen Strand liegen. Vorbei an den verschlafenen Kellnern, die ihre Terrassentische rotkariert decken. Vorbei an den Touristennasen, die sich in die Morgensonne strecken. Vorbei an der Schaukel an der Spitze der Landzunge, auf der sich Kinderbeine ins Blau schwingen. Vorbei an ihrem Jauchzen und ihren Zahnlücken. In der scharfen Kurve an der Landzungenspitze bremse ich ab und lasse das Rad langsam ausrollen. An der Stelle, an der Asphalt zu Sand übergeht, schwinge ich mich vom Sattel und lasse meine Flipflopsohlen den Staub küssen. Die staubigen Steine drücken sich durch das Gummi in meine Fußsohlen, als würden sie Guten Morgen sagen wollen. Oder wohl eher Dobro jutro. Schließlich wohnen sie auf der Insel und sind nicht nur zu Besuch hier wie ich. Ich widerstehe der Gewohnheit, mein Fahrrad abzuschließen. Der nette Mann, von dem ich es gleich nach meiner Ankunft geliehen habe, hat auf meine Frage nach einem Schloss nur laut gelacht. Seine strahlend weißen Zähne in seinem sommerlich gebräunten Gesicht haben ihn mich innerlich den Brad Pitt von Kortzula taufen lassen. Seine Erklärung hat mich herzlich mitlachen lassen. Ein Schloss? Wofür denn ein Schloss? Du bist auf Kortzula. Hier klaut niemand was. Mein Cousin ist Polizeichef auf der Insel und ich kenne niemanden, der so viel Langeweile aushalten muss wie er. Manchmal fahren wir absichtlich zu schnell an ihm vorbei, damit er mal was zu tun hat. Aber das ist dann auch das Spannendste, was ihm passiert. Glaub mir. Du brauchst wirklich kein Schloss. Unabgeschlossen lehne ich also das Fahrrad an eine der schrägen Pinien, die Kortzulas Küste den Schatten spenden, der für meine helle Haut spätestens ab dem Mittag unerlässlich ist. Jetzt lädt mich aber die angenehme Morgenwärme ein, das Wäldchen zu durchqueren. Manche der Bäume biegen sich so schräg gen Küste, dass es an ein Wunder grenzt, dass sie noch stehen. Teilweise sind ihre Wurzeln fast vollständig sichtbar. Ich ziehe meine Flipflops aus und genieße das Pieksen der warmen Piniennadeln. Die letzte Woche hat mir genug Hornhaut geschenkt, dass es nicht mehr wehtut. Die weißen Felsen, die am Saum des Wäldchens auf mich warten, rauben mir aufs Neue den Atem. Das blendende Weiß der Felsen scheint wie in einem Wettbewerb mit der spritzenden weißen Gischt, die ab und an mit den höheren Wellen an die Felsen brandet. Sie beide lassen das Meer noch dunkelblauer erstrahlen. Außer mir ist noch niemand hier. Was auch heißt, meine liebste Stelle auf den Felsen ist noch frei. Ich klatsche in Gedanken mit mir selbst ab und befestige meine Hängematte an zwei Bäumen, die genau den richtigen Abstand haben und Ausblick auf das Meer bieten. Dann klettere ich vorsichtig über das bereits angenehm aufgewärmte Plateau. Am liebsten würde ich hüpfen vor Freude, aber Vorsicht ist geboten. Manche der steinernen Kanten sind schärfer, als sie aussehen. Meine Lieblingsstelle ist eine sichtgeschützte Einbuchtung, auf die mein Strandtuch perfekt passt. Wenn ich auf dem Rücken liege, schmiegt sich der Fels hier an meinen Körper, als wäre er nur für mich gemacht. Ich ziehe mich vollkommen aus. Niemand ist hier, den es stören könnte. Meinen Kopf bette ich auf meine Fahrradtasche. Mit geschlossenen Augen genieße ich die Ruhe meiner Umgebung, das Rauschen des Meeres, den Duft der Pinien, das Krächzen der Möwen. Mit meinem kleinen Zeh fahre ich vorsichtig über die Rillen des warmen, weißen Felsen unter mir. Ich fühle mich verbunden mit allem, was mich umgibt und versuche dieses Gefühl in jeder Faser meines Körpers zu spüren. Ich lade jede Zelle dazu ein, sich an diesen Moment zu erinnern, wenn andere Tage kommen. Angenehm aufgewärmt von diesem Gefühl und der immer stärker werdenden Sonne möchte ich das Meer nicht länger warten lassen. Ich schnappe mir meine Taucherbrille, meinen Schnorchel und meine Flossen. Dann klettere ich vorsichtig über die Felsen zu einer Stelle, die wie ein ausgestreckter, kreideweißer, leerer Zeigefinger ins Meer deutet. Ich benetze meine Taucherbrille mit dem erfrischend kühlen Salzwasser. Dann spucke ich auf das dicke Glas. Als ich das Gummi an mein Gesicht drücke und merke, wie es mit einem Schmatzen luftdicht verschließt, steigt eine kindliche Vorfreude in mir auf. Vom steinernen Zeigefinger lasse ich mich rückwärts ins Wasser plumpsen. Es ist ein nicht sonderlich eleganter Eintritt in magische Welten. Ich liebe den Moment, in dem meine Ohren ins Salzwasser eintauchen und die Überwasserwelt zu einem weit entfernten Ort wird. Vorsichtig navigiere ich mich von der Küste weg, an der eine ganze Kolonie Seeigel wohnt. Dann beginne ich, dynamischer mit den Flossen zu schwimmen. Weder einmal begeistere ich mich dafür, wie viel schneller ich mich so durch das Wasser bewege, wie viel weniger Kraft ich aufwenden muss. Ich kann mich völlig entspannen und mich ganz auf die Welt unter mir konzentrieren. Überall sind Schwärme von kleinen, silbrigen Fischen mit einer schwarzen Binde am Schwanz. Am Meeresboden liegen einige Seegurken auf der faulen Haut. Daneben schauen die Seeigel grimmig aus der Wäsche. Als einige Seenadeln unter mir vorbeistechen, lasse ich mich über ihnen treiben und amüsiere mich über ihre lustigen, langen Nasen. Einige größere Fische scheinen den Meeresboden nach Essbarem abzusuchen. Ich schwimme weiter an der Küste entlang. In den Felsspalten gehen alle möglichen Tiere ein und aus. Besonders gern mag ich die kleinen, bunten Fische, die immer sehr geschäftig aussehen. Aber nicht nur Fische tummeln sich hier, auch eine Art borstigen Wurm kann ich entdecken. Ich wünschte, ich könnte mir Kiemen wachsen lassen und mich ganz klein machen, um die Ritzen der Felswand zu erkunden. Ich bin mir sicher, dass ich wirklich nur einen Bruchteil des Lebens erfasse, das sich hier abspielt. Sicher verstecken sich hinter einigen der Spalten ganze Höhlensysteme voller Wesen, von deren Existenz ich noch nicht mal etwas ahne. Ich genieße diesen Gedanken an die Vielfalt der Natur, während ich mich Beinschlag für Beinschlag an der Küste entlang bewege. Links, rechts, links, rechts, Mit jedem Flossenschlag fühle ich mich weniger wie ein Fremdkörper. In dieses Gefühl lasse ich mich fallen. Je tiefer ich darin versinke, umso mehr habe ich den Eindruck, dass meine Umwelt bereit ist, sich mir zu offenbaren. Ein Zitronengelber, runder Fisch kommt mir so nah, dass ich ihn berühren könnte, würde ich die Hand nach ihm ausstrecken. In mir ist auf einmal der Impuls, dem Fisch zu folgen. Ohne darüber nachzudenken, schwimme ich ihm hinterher. Jedes Zickzack, jedes Hin und Her mache ich mit. Ich gebe die Kontrolle vollkommen ab an meinen kleinen gelben Kumpanen, der seine Verantwortung kommentarlos hinnimmt. Auf einmal entdecke ich unter mir eine Art Steinhöhle. Hier entlasse ich meinen Meerführer, zu neugierig bin ich, ob sich unter den Felsen etwas versteckt. Ich treibe eine Weile über der Höhle. Gerade als ich abdrehen will, streckt sich ein Fangarm zwischen zwei Steinen hervor. Und noch einer, und noch einer. Die tastenden Saugnäpfe sehen fast außerirdisch aus. Ich kann mein Glück kaum fassen. Schon seit meiner Kindheit träume ich davon, beim Tauchen einem Kraken zu begegnen. Meine Großmutter schenkte mir zur Einschulung eine Jahreskarte für das Aquarium. Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich stundenlang in dem Glasgang sitzen konnte, über den der Krake hinwegglitt. Die Infotafeln zu den Oktopoden konnte ich auswendig. Misstrauisch lugt der Krake mir entgegen. Ich verhalte mich ganz still. Und dann passiert es. Der Oktopus schießt ganz plötzlich aus der Höhle hinaus. In Zickzack Bewegungen schwimmt er blitzschnell Richtung Küste. Er sieht unfassbar anmutig dabei aus, als hätte er eine Choreografie einstudiert, als würde er für mich tanzen. Wenn er all seine Arme beim Schwimmen nach hinten streckt, sieht er aus wie ein anderes Tier. Ich versuche ihm zu folgen, aber verliere seine Spur. Ich nehme mir vor, ihn am nächsten Tag wieder an seiner Höhle besuchen zu kommen. Am liebsten würde ich den ganzen Tag im Wasser verbringen, aber ich spüre die Sonne erbarmungslos auf meinen nackten Rücken scheinen. Wenn ich morgen nicht leiden will, sollte ich wohl eine Schattenpause einlegen. Mit geübten Flossenschlägen trete ich den Rückweg an. Begleitet werde ich von einem großen Schwarm der kleinen Ringel brassen. So gern würde ich einmal erfahren, wie es sich anfühlt, diese Art der gemeinsamen Bewegung zu vollziehen. Sie scheinen gegenseitig ihre Gedanken lesen zu können. Ich suche die Küstenfelsen nach einer möglichst seeigelfreien Stelle ab. Ich entdecke eine Art Plateau, an dessen Rand ich mich an einem Felsen abstützen kann. Hier bleibe ich eine Weile knien und bewundere die Fische, die sich hier im seichten Wasser tummeln. Eine regenbogenfarbene Bande ist wirklich besonders neugierig und flitzt frech zwischen meinen Knien hindurch. Jetzt erst bemerke ich, dass meine Hände schon völlig aufgeweicht sind. Ich habe mein Zeitgefühl an Land gelassen. Ich ziehe meine Flossen aus und werfe sie auf die Felsen. Dann klettere ich hinterher. Das weiße Gestein ist mittlerweile so warm, dass ich gerade noch darauf laufen kann. Auf meinem Strandtuch lege ich mich klitschnass mit geschlossenen Augen in die Sonne. Ich brauche kein Handtuch zu benutzen. Das Wasser verdunstet im Handumdrehen. Als ich die Augen nach wenigen Momenten öffne, bin ich schon wieder komplett trocken, bis sie sich an das gleißende Licht gewöhnen, ist ein Farbfilter über die Kulisse gelegt, der mich an die französischen Filme der sechziger Jahre erinnert. Das Meer hat Salzkristalle auf den Haaren meiner Arme hinterlassen, als hätte es mir ein Souvenir schenken wollen, ein Vergiss mich nicht. Und wie könnte ich? Ich suche Schutz vor der sengenden Mittagssonne im Schatten der Bäume. Ich rieche die Hitze unter meinen Achseln und wünschte, ich wäre eine Pinie, wünschte, die Hitze würde auch bei mir dazu führen, zu trocknen und Sommerduft zu verströmen, statt zu zerfließen und Mücken anzulocken. Das Mücken gefunden habe und innerlich zu schnurren beginne. Behutsam streicht die Brise durch meine Haare. Die Sicht aus der Hängematte offenbart eine Palette aus Blau. Ich schmecke das Salz auf meinen Lippen. Das immerwährende Konzert der Zikaden mischt sich mit dem Rauschen des Meeres, mit dem Krächzen der Möwen, mit dem Gelächter der wenigen Badegäste. Sie müssen angekommen sein, als ich schwimmen war. Erst jetzt merke ich die Erschöpfung in meinen Gliedern. Mit ihr verbinden sich das sanfte Schaukeln und die Geräuschkulisse zu einem Schlaflied. Ich lege mir mein T-Shirt über die Augen. Durch die dunkelblau gefärbte Baumwolle sieht es aus, als würde der Mittag Verstecken spielen wollen, sich als Nacht verkleiden, um mir Freude zu bereiten. Ich begrüße seine Bemühungen. Weich der Stoff unter mir, weich der Stoff auf meinen Augen, weich bin ich mit mir. Alles, was sich schwer anfühlt, weicht, wird leicht, fällt ab von mir. Ich atme tief ein und aus. Ich atme ruhig. Ich atme mit dem Rhythmus der Wellen, die an die Küste brechen. Alle Gedanken dürfen kommen und dürfen gehen. sie schweifen einfach durch mich hindurch, so leicht, so schwerelos, wie ein Schwarm glitzernder Fische. Ich atme ein, ich atme aus, ich atme bis in meinen Bauch. Vor meinem inneren Auge tanzt Herr Krake vorbei. Mit einem Arm winkt er mir und lädt mich ein ihm zu folgen in seine traumhafte Unterwasserwelt.